Hallo und willkommen zu Hunt Lockdown, äh ich mein Shutdown, äh ich mein Showdown. Das Spiel von Crytek. Ich mach endlich mal ein Video dazu, nach knapp 500 Stunden Spielzeit. Ja, schönes Spiel. Geht mir tierisch auf den Sack. Ist ziemlich stressig. Aber da will ich mal beginnen mit einem zufälligen Partner. Mit einer Dreiergruppe, genau. Da macht's am meisten Spaß. Und dann haben wir hier. Tark und Niki the Quick. Oh, die neue Map, wie schön. Naja, die Bäume sehen ja nicht so schön aus. Ja, jetzt wird's besser. Ich glaub, ich kann den Kollegen nicht hören. Äh, Ausgabe. Scheiße, Moment, was, 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 das ist richtig. Oh oh, wer war das? Oh, ja, kommt ruhig, ihr Bitches. Ich bin bereit für euch. Auf dem Dach ist jemand. Konzentration. Volle Konzentration. Was sind die Arschgeigen? Ich hasse es, wenn niemand einen Ping macht. Mach doch mal einen Ping. Ach, scheiße, ich camp hier einfach. So wie jeder gute Handspieler. Einfach campen. Das ist ein Spiel, da muss man sich Zeit nehmen, ne? Ah, scheiß drauf. Ich geh da mal vor. Nein, Bruder. Brother. Das war vorbei. Oh, Bullshit Game. Ah, fuck you. Ach, dieses Drecksgame. Ach, scheiße. Durch die Haare. Ja, das ging ja schnell. Ach, dieses Drecksgame. Ich verstehe, das Scheißspiel wirklich ernsthaft streamen kann die ganze Zeit. Wie geht das nur auf und sagt, wenn es so chillige Spiele sind. Und irgendwas, was chillig ist. Sowas macht es Spaß zu streamen oder aufzunehmen oder zu kommentieren. Aber dieses Tryhard-Geraffel, wie geht das so auf den Sack, ey? Vielleicht unser Kollege hier, Targ. Vielleicht kann er ja doch was reißen, ne? Wie wir sehen, taktisch klug. Er hat sich jetzt ins Maisfeld manövriert. Und dort eventuell einen Spieler aus dem Spiel zu holen. Und wie es scheint... Ne, Moment. Ist es ein anderes Team da? Wahrscheinlich nicht, ne? Die machen jetzt erst den Boss. Das ist halt dumm gelaufen wieder, weißt du? Da kriegst du halt gleich wieder eine drauf. Der hätte wahrscheinlich wegrennen sollen. Wirklich. Oder campen. Das ist das Drecksgame. Man kann da nicht... Wenn man offensichtlich spielt, wird man immer bestraft, ne? Oh. Game Changer haben wir hier. Meine Waffe ist weg. Passt nicht, Nutze. Hat er meine Schrotflinte genommen? Oh mein Gott. Oh mein Gooooot. Nehmen wir mal, was jeder gute Spieler an dieser Situation macht. Er läuft weg. Jemanden tot zu campen. Er hat nur... Was für eine Scheiße. Kann ich ihn auf... Ja, 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 ja. Ja. Nicht vieren. Pferd, nicht vieren. Pferdeute. Holy fuck. Der Druck, der Stress. Bullshit, woher denn? Da guckst du gleich hoch. Warte, ich sei ja. Tod. Dieses Drecksgame. Dieses Drecksgame. Ja, den siehst du nicht. Aber mich siehst du. Na? Instant. So schnell kann man gar nicht reagieren. Ich muss... Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Wow, nice. Jetzt kommt die Bitch. Sie bekommt. Ja, scheiße, Alter. Das war alles... Das ist alles so zum Kotzen, ey. Da kommt er da rum und zieht das sofort und haut mir sofort eine rein. Ich kann... Ich kann... Was... 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 Was hat mir die für Reaktionszeit, Mann? Dieses scheiße Drecksgame regt mir wieder auf. Dummes fucking Game, you. Okay. Die erste Runde war nicht so gut. Vielleicht mal ein bisschen mit Sniper spielen. Vielleicht wird's dann besser. Man, bin ich ein bisschen defensiver. Na? Scheiße Drecksgame. Und ich nehme hier aktuell auf mit OBS, weil Bandicam funktioniert nicht mit Hand... Äh... Lockdown... Also... Hand... Gott. Showdown, jetzt. Lockdown. Aus irgendeinem Grund funktioniert's nicht. So ist der Geier, ey. Wahrscheinlich, weil's ein Drecksgame ist. Okay. Ah, komm. Was, was, was? Aki, aki. Never ever, son. Never ever. Ah, schon wieder Instant Action. Wir on attack. Be careful. Be careful, son. Ping doch mal, please. Irgendwen, irgendwo. Oh. Das ist eine scheiß Position hier drauf. Alter, ich seh... Was macht der denn? Da packt er durch die Bäume durch. Leck mich doch. Ich seh halt keinen, ne? Holy fucking shit. Reg mich halt auf, game. Ja, toll. Hier kann man ja nirgendwo hin. Immer sind Gräser im Weg. Sträucher. Giraffe. Garbage. Duh. Da war jemand im Wasser. Ich schwör bei Gott. Oh, Jesus. Ja, kurva. Garbage, 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 garbage. Oh, Mr. Garbage. Fuck you. Ist da jemand drin? Maybe. B. Tja. Pro-Tipp Nummer 1 Eben mal in Bewegung bleiben Weil dann ist man schwerer zu treffen Und bekommt nicht so leicht einen Hatter Wo, 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 wo Wieder keine Pings Macht doch mal irgendetwas Tippt mir was, mit dem ich arbeiten kann Ja genau, verreck Bamm, 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 bamm Jetzt kommt da die andere Sau angekackt Ahaha Ahaha Dieses ganze Wasser ist halt problematisch hier, nicht wahr? Das ist ein Weg, sonst Nice You can't, you You can't, you can't Ah, ich rotiere da auf die andere Seite Fuck you Nur am Käpt'n hier ein Nur am Käpt'n hier ein Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Das beste wäre, jawohl, wenn es jetzt den anderen Boss Was, damit der Kollege da seinen Balken zurückbekommt Das war's dann, dann müssen wir das doch abhauen Oder wir holen das andere Bounty Je nachdem Ja, sicher doch Das sind auch die letzten Kackbratzen Diese blöden Brennenden Ghost Rider Viecher Geh mal so auf den Sack Ja, komm doch, Junge 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 Der Kollege hätte ihn aber auch töten können Ich glaube, hab ich die ganze Arbeit wieder am Arsch hier, ey Simon Brode ist noch zu zweit Der Random hat uns verlassen What the fuck? Der Random ist abgehauen Ne, der ist da oben verreckt Hä? Passt mir da einmal nicht auf What the fuck? Ich fürchte, wir sind da Da ist noch ein anderes Team Ich bin mir da ziemlich sicher Und die gammeln da unten wahrscheinlich jetzt bei dem anderen Boss rum Oder Die sind vorhin verreckt Als sie gegen das andere Team gekämpft haben Eventuell Ich hab doch nicht aufgepasst jetzt Aber ja Dann probieren wir's zu zweit Wir haben Strong Hands Und verfügen über Personal Responsibility Oh oh Jupp Yes, son Tja Das wird nicht leicht Gegen den Kämpfentiteln Gegen den Boss Tja Schlecht für Snipern, ne Oh, Nani Hat den auf mich geschossen Habe ich nie gesehen Von wo Oh What the fuck? Nice, nice Nice Ich seh da niemanden Wo ist der denn? Bin ich blind? Verzeih für die Games, ey Diese pseudo-fotorealistischen WAH FUCK YOU! Ohhhh What the fuck? What the fuck? Das hätte ich ins Auge gehen können Holy shit Hat ne Shotgun Hat ne Shotgun Hat auch ne Shotgun HomeCunt HomeCunt Der wird da wahrscheinlich jetzt da unten rumhängen mit seiner Wart mal, wart mal, wart, 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 wart Ich hab doch mal zu Beinen Da ist er und brennt jetzt Tschüss! Motherfuckin, can't you? Oh 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 Der läuft da unten irgendwo rum, ja, Schottli wahrscheinlich, der andere, wo lag der aufgehoben? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, der brennt da noch, ja, zeige dich, zeige dich, gib mir ein Zeichen, wo bist du, wie alt bist du, Pasmophobia Style, bist du wild, wie alt bist du? Scheiße, nicht sterben, nein, nicht sterben, oben, 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 nein, what the fuck, sind sie zu zweit oder was? Scheiße. Oh, das ist schön. Oh, was für Wichser, ey. Warum spielt der da so offensiv? Vielleicht doch ein bisschen bei mir. Scheiße. Du musst die Scheiße wieder aus, die Kastani wieder an dem Feuer holen hier. Habe die jetzt den Kollegen gelöscht oder was? Der ist doch bestimmt ausgebrannt, Alter. Der ist doch bestimmt ausgebrannt, Junge. Ah, fuck, der kommt jetzt da. Durch den Rauch, Bullshit, du Wichser, ey. Durch den Rauch. Ich bin hier im Arsch, denke ich. Komm. Was, habe ich getradet? Dieses Scheiß-Drecks-Game. Oh, Mann. Oh, fuck. Oh, nein. Die waren noch zu zweit. Ja, und der andere hat's verbockt. Scheiße. Da habe ich Idiot vorhin verfehlt. Wenn ich den da erwischt hätte mit der Sniper, hätte ich's vielleicht noch geschafft, aber so. Fuck. Oh, Mann. Der hat eine Uppercand. Ist okay, das war's dann wohl. Ich habe drei Leute gekillt, wenn du es richtig weißt. Oder waren das jetzt vier? Habe ich getradet? Schlecht wär's nicht für meine Statistik. Ja, vier. Getradet. Oh, Mann. Das war so dackelig, ey. So, das war's von mir. Vier Kills. War ein gutes Spiel. Meine Teammates. Ein Teammate hat uns frühzeitig verlassen. Ich war allein mit einem anderen Kollegen, mit einem anderen Render. Aber das ist halt ein Spiel, da müsste man halt im Optimalfall wirklich mit einem einem kompetenten Team spielen im Discord oder Teamspeak. Random? Naja. Das war's von mir. Eine halbwegs brauchbare Runde für YouTube. Aber jetzt habe ich die Schnauze voll von dem Game. Also macht's gut. Ich habe die Schnauze voll von mir in die Schnauze voll von mir.